Stammt von Dinosauriern ab. Ja, du auch. Stimmt sogar. Inwiefern? Bist du ein Tyrannosaurus Rex, oder was? Ich weiß nicht, was dieser will meinen. Das ist nicht dein Schweiß Ernst. Wir haben befrosten. Was ist? Wir haben befrosten. Ja, ich war gerade im Worteil und hab deinen Namen gelesen. Das ist nicht dein Schweiß-Beschüßener Ernst. Du hast nur für den Namen angesprochen? Nein. Das ist meine Nummer. Was? Das ist meine Nummer, ich muss dich vielleicht blockieren, das ist ja ekelhaft. Oder Taktik-Gründer-Dach? Durch die Sonnzeitsprecher. Ja. Nicht als Isabelle. Ich bin schon unten. GG. Ja, nicht ganz unten, aber... Ach, du bist das, den ich höre. Hier war doch auch irgendwo eine Cam, oder? Nein, noch mal nicht. Oh mein Gott, ey. Ich hab die Cams innen weggemacht. Außer einer Garage. Ja, gerade. Ja, wer hat das Krasseste da eben, alter. Scheiße, muss der weg. Ich, meine Maustunnel suche ich mir. Es ist eine im, äh... Es ist eine im Tunnel. Du musst ja wohl eine neue kaufen. Nein, meine... Ich kann jetzt... Mein Shotgun funktioniert halt nicht mehr. Hab ich. Rechts hinten. Habs du noch gut angehütet vor mir direkt. Äh, da war aber noch einer unten. Rechts vor mir ist noch einer. Ja. Der letzte ist Blue gewesen. Nein, Frost ist auch drin, hinter den Puppen. Ja, oder? Du kriegst jetzt noch hin, was wäre. Ja, da haben wir das jetzt... Ja, da haben wir das jetzt... Ja, da haben wir das jetzt... Dann haben wir das jetzt... Ja, wahrscheinlich, dann haben wir das jetzt... Ja, da haben wir das jetzt... Ja, da haben wir das jetzt alle hinterher gepusht. Ja, wieso pusht du denn direkt so vor? Ey, wieso pusht ihr denn alle? Immer diese... Immer diese Pusher. Dann hat er... Dann hast du einen AR-Kock drauf, weißt du? Ein AR-Kock. Ein Cockpaar? Ein Cockpaar? Echt mal. Ja, mach's aber sonst immer. Doch, Leute... Florian! Eppiepiep, wir haben uns alle... Hat er mich echt als Isabella gespeichert? Ich komme noch nicht drüber weg. Wäre ekelhaft. Ja. Das ist noch schlimmer als Leute, die den... Die die Leute mit Nachnamen einsetzen. Und selbst die Switern möchten nur als dieser einsetzen. Ja. Ja. Nachnamen dort. Tschuuu. 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 Wollen wir jetzt ehrlich zu zweit hoch um die Dropper zu machen? Tja. Ich muss da auch noch... Könnt ihr eure Verhüterlis anziehen noch? Vielleicht kommt doch schon zurück. Ohne ist das Gefühl besser. 10 Sekunden remaining. Pfff. Als ob du davon Ahnung hättest. Ja. Ich glaube schon. Glaubst. Ich glaube schon. Meine Mama hat mir doch ganz viel zu erzählen. Na schon. Leute, hier ist offen. GG. Du hast keinen Puls, Isa. Ja, ich... Hab ja auch kein Herz. Ach so. Okay. Du hast kein Herz. Alter, Marcel. Das ist aber nicht so schön. Komm in die Garage. Cool. Komm in die Garage. Das weiße Drohmann lag nicht auf jeden Fall. Was ist hier denn? Hey, Engelchen. Hi. Warte. Hier, fix noch ein Schild. Oh ja. Okay. Ich werde angerufen. Ja, er hat... Mama, ich kann jetzt nicht! Okay. Das war euch noch nicht bekannt. Das war euch noch nicht bekannt. Last Chance. You can run, but you can't hide. Er ist aus. Looooool.. Hör, einer. Der ist hinten! Hör, einer sind. Hä? Leust. mouthf.. Hast du auf? Nein, duco! Geht das wieder Richtung Küche! Sensor deployed. Censor deployed. einer halt im Tunnel. Daniel, willst du dich von mir schützen? Hm? Ob du dich von mir schützen willst und deswegen das Schild da steht? Nein, ich hab das eigentlich für dich dahin geschnitten. Ja, ich stehe jetzt eh hinter dir, du kannst dich nicht mehr von mir schützen. Nein, beweg dich nicht, ich wäre an deinem Hater! Oh, nein, da stehe ich eigentlich auf. Deiner steht hinter mir. Oh, ja. Alter, Isa! Ah. Okay, das... Nein, jetzt wenn du anfängst zu stellen, macht das ganz Spaß. Du hast angefangen! Ja, ich weiß, aber doch nicht. Ich wünsche nicht, dass du daran Spaß hast. Ich will, dass dich das verstört. Alter! Bist du verrückt? Nicht über mir machen, nicht über mir. Pass auf! Ich will, Daniel, ich will, dass du davon seelische Schaden erleidest und nicht, dass du es genießt. Nein, das funktioniert nicht. Ich glaube, von mir kriegt man eher seelische Schäden. Wie soll man denn von Frauen stöhnen? Ja, eben. Eben. Ja, wenn es mit einem Spiel anfängt, dann ist das doch komisch und gruselig und... Nein. Unangenehm. Das? Nein. Nee, eher nicht so. Ich lache. Hallo? Hallo? Ja, da ist jemand oben. GG. Wie? Überlebt denn die? Aua. Voll flasht natürlich. Jetzt werde ich angerufen. 10 Sekunden left. They've ceased to testing to secure the container. Opt forward. Last operator standing. Wo ist denn die? Wunder Eingang. Wunder Eingang. Wunder Eingang. Naja, das dachte ich mir auch grad. Ich wüsste gar nicht, wo die ist. Toll. Schon klar, oder? Die ist auch immer so. Okay. Was? Da hat jemand Gummibärchen. Meine Süßigkeiten waren grad ganz unten und ich musste schütteln, damit sie hochkamen. Das waren Gummibärchen, oder? Nein. Also hier ist Oribo. Ähm. Nein. 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 Sondern? Sorry, Max. Das waren so... Ähm. 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 Nicht zum Aufschweiß mit. Brauchen wir ja nicht. Ja. Brauchen wir nicht. Erika. Hahaha. Was ist das denn? Warte. Jetzt kommt das Geilste. Hahaha. Magst du das Mischi schicken? Ihr müsst euch den Link, den ich geschickt hab, angucken. Bitte. March Simpsons vs. Adolf Hitler. Es muss ein Remix sein. Locate the Biohazard Container. Eif. Spaß. Irgendwie Voljum 99 oder 45 oder so was. Eif. Irgendwas mit dem zweiten Weg was zu tun hat. demar-Firer Hathard Container has been located. Nein. Da re EUäsident. ja gut dass wir weder hibana nach firma mit haben machen wir halt ein russisches an wir haben die deal, achso, das wirst du erscheinen 5 second to insertion guck, wir hinden spawnt, fest auf okay, da spawnt keiner immer nur ist da eine bestimmte? ja, auf jeden fall Wem? Das Fusen. Hä? Hä? Du hast das in den Strom gesteckt. Hä? Hä? Ja, oder... Was? Was? Die Schicker haben alle getrunken. Der hat noch 80 AP. Okay. Das ist ja gut. Da kann zuhören nichts dafür. Hier oben ist einer. Was? 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 Wieso? Ist er schier tot? Hinter dir da! Hinter dir! Was für hinter mir? Der hinter dir war noch zuhören, aber auch einer. Was? Was? Da rechts los. Das ist kein Jungen mehr. Da oben ist einer. Alter, hast du auch Lack, Junge. Und? Nee, doch nicht. Du musst einfach deine Dinger rüber. Flashing coming! Läuft. Da kam er. Ja. Hast du gerade eben rechts gesehen. Du solltest ja auch so teilen, dass sie da rüber fliegt, dass wenn er von da drüben kommt. Ja, dass sie in den Raum geht, nicht in den Raum rein. Cool Story, Bro. So ist Sack, aber wir brauchen nichts zum Aufschweißen. Bett rum. Bitte. Gibst du mehr Duggie? Gibst du mehr Duggie? Warum?! Ich hab was. Digga, das ist doch... Gibt's doch alles auf YouTube. Ich weiß, dass ich das 8 Jahre habe spiele. Hey, das ist normal. Hey. Marcel ist so ein original Beständler, der zu dem sowas nicht. Aber es stimmt noch. Weißt du, was Marcel ist? Marcel ist so einen linken Wähler, Alter. Den Marcel ist SPD wähler. Da sieht man ja, was wir hier davon haben. Ja, oder CDU, Alter. Außerdem ist das Geschichte, nichts anderes. Aber wir wissen ja, wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen ja, dass du kein Zugrinks hast. Die Geschichte. 5 Sekunden. Ja, wie interessant ist. Jetzt kommt er wieder mit Napoleon. H4 Drone. Mh, ich weiß vielleicht, dass Napoleon von keinem sagt. Ich weiß, dass Napoleon dafür gesorgt hat, dass Deutschland Deutschland geworden ist. Die ganzen kleinen Piss-Pirstentümer abgeschafft wurden. Keins... Keins Geschichtsformat, hat er gehört, Jungs? Keins. Auf jeden Fall. Los, Keins Geschichte. Geschichte ist ein böses Ding. Super. Alter. Schreib was, Daniel. Hahahaha. 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 Ach du Köcke. Eben hier außen aufgemacht. Ah, war sein Fehler. Da war ein Schrift drin, Leute. Das hat ja das dann nicht gemacht. Die sind da hinten schon drin. Läuft! Hinten in dem... Ich weiß nicht, wie der Raum heißt. Eben Raum, links von dir Isau. Die haben auch die Wand schon offen. Raum. der war reinforced aber gut nein war es nicht doch der war ge-reinforced ich muss meinen Satz zu Ende bringen nein für Max der war nicht reinforced hallo ja easy die sind schon drin das ist das eh kaputt das ist das eh kaputt hallo ihr eigenes Loch hat sie umgebracht dein Name vor dem Fenster auch Marcel also vor dem Fenster vom Baum rechts Daniel ja oder ich dachte auch was ist denn los als wäre nichts gewesen alles gut nicht zu sehen wird mir an deren Stelle ja stinken ne er würde mir stinken wenn ich damals wenn Dominik nicht mit dem Spruch nicht zum Aufschweißen mit hätte Marcel ja ja Marco der was weiß ich masturbieren oder wie fällt mir mit Schulz ist auch gut keine Ahnung ist mir auch egal wo Marco ist würde er masturbieren was oder bei Nippel Terminator alter was gibt's denn Nippel Terminator ja das ist was denn ich hab überhaupt nicht auf dich reagiert also ja ich hab's gehört aber ich habe war wegen Daniel ja ich weiß doch ich ich reagiere auf dieser oder was ja nenn's doch gleich auf Isabel damit's zu deinem Handy passt ähhhhh zu Orion ja mein Handy will sich ändern wenn ich's wenn ich's wollte wie das will einfach nicht dass ich dich Isabel nenne auf meinem Handy ah ja klar ja es ist so ich kann dir ein Screenshot tracken nein das ist das ja ja nein das ist so cool ich kann damit klar ich kann damit umgehen ja ich hör's fick dich da lass mich denn wohnen du wirst eh so mit Doppel Daumen nee du bist blöd puh hab nichts mehr was hörst du mal zu lol wohnen wohnen ja naja er hat schon gesagt wohnen dass ich keinen von euch getroffen hab ey kann Isabel mal ihren Job machen wieso ihren Job ja du kannst doch die Bandits weg achso ja warte was du deine Arbeit du deine Arbeit sag mir nicht was ich tun sieh hier bitte ja läuft bei dir Marcel was ist vor der Kerl? ja aus dem Stair sehe ich grad nicht die Bandits auf der rechten Seite scharf dann wenn du aufmachst von mir aus rechts oder von ihm aus? von dir aus hinter nem Schild spannend ja das ist jetzt blöd was der mehr hat hab ihn hab ihn naja da hinten lag auch warte mal hallo ich bin's ey was ne das war Jäger den ich hab ihn oh ich hab Jäger oh oh man wer war denn da links von mir ich warum? ja weil dein Kopf sich immer in Pistole gebackt hat und dann konnte ich nicht schießen ja klar was ich hab doch geschossen gut ja ja hinterm Schild Marcel im Bad man ja da hinterm Schild da war einer und einer am Bad einer zumindest wir haben da aber ein Loch in der Wand das heißt der kann irgendwie den Nebenauf rein das auch nicht klingt auch voll klingt's we have been eliminated das kann doch jetzt nicht wahr sein alter ich weiß nicht warum man da jetzt so viert in Schild das war irgendwie dumm das hier aber schon wieder nicht geflasht war ne ist auch wieder gut gewesen nein ne war nicht geflasht war nicht geflasht sonst würde man das ja nein hatte die nicht nein Mann 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 auf der Weide als würden wir nur so Aids räumen ne man Eda Eda E und das heißt hast du mal dabei na wie heißt es Prima 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 Genau. Und ihr den Fokal? Was? Ich hab nichts gesagt, musst du nicht draufschneiden. Ja, Daniel hat mich halt angestellt mit seinen Dekoraten rein. Ja, ich sag mal, ich war mit dem falschen Bundesland. Verarsch mich halt. Oh, das kostet mich jetzt schon an. Dieses Drecks-Game ist einfach nichts. Ja, friss jetzt. Ja, bitte noch Dings zu machen. Ich hab mal eine. Das kann doch nicht sein, Alter. Willst du auch nicht die Welt verarschen? Verarschen wir mal. Das kann doch nicht sein, Alter. Willst du auch nicht die Welt verarschen? Verarschen wir mal. Oh. Ja, wie viel denn noch? Ne, hier oben kommt was. Da? Alter, wollte ich mich verarschen. Frau, wo kommen die denn? Hier hinten. Hier oben will mich einer pushen. Leck wir jetzt. Ja, genau. Wie erst weißt, wo ich sitze, Digger. Ja. Ja, ich hab ihn. Spottet auf alles. Cam kommt. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Die Cam ist bei mir irgendwo hier. Du bist das. Hey. Oh Gott. Oh Gott. Hey, mach dich dies. Gambler, Alter. Ganz linke Nummer war das. Wo ist denn die scheiß Drohne? Ist bei mir hier hinten irgendwo. Ah, da hinten. Warte, ich seh sie. Ist weg. Krass, ist weg. Ja, genau, Alter. Der ist auch der krasste Spieler. Noch irgendwo ne Cam, ich werde durchgangspotten. Hier und Fuse oben. Oh Gott. Oh Gott, dritten. So, vier hat jetzt. Oh Gott. Äh, ich glaub es kommt jemand die Treppen runter. Ich glaub Billard geht was rein. Hinterbar. Alles gut. Hinterbar ist was. Hinterbar ist was. Ja, klar. Was hat er denn? Rechts direkt. Da unten drunter. Zwei. Beides sind zwei. Rechts direkt. Hier sind da jetzt links noch Sounds. Ja, ja, links ist ein Fuse. Rechts diese vier. So, nicht mehr drüber springen, ne? Rechts. Bleib doch liegen. Da? Das sieht man. Unter dem... Ja, er geht erstmal raus. Auf den Sieg geht er erstmal raus. Guck, das sieht man. Das ist das Problem, Mann. Aber ist ja alles gut. Ja, klar. Ja, auf den Sieg kommt er erstmal wieder zurück. Er hat angemacht jetzt. Find's doch geil, dass man von der Seite da drunter gucken kann, aber von meiner Seite nicht. Ist auch so. Geil. Ja, das ist doch normal. Ja, klar. Wasch. Max. Kack, dass das geil ist. Das ist doch logisch, Mann. Es gibt verschiedene Blickwinkel, du Hanswurst. Ja, ach nee. Mein Gott. Ja, ach nee. Junge, Junge. Es fällt so komisch, dass man von meiner Sicht da nicht drauf gucken kann. So, die Erde ist keine Scheibe. Mein Gott. Florian? Du hast grad keinen Tesla Roadster im Weltall. Was? Meine Fresse. Florian? Übrigens, Vögel stammen von Dinosauriern ab. Ja, du auch. Stimmt sogar. Inwiefern? Bist du ein Tyrannosaurus Rex oder was? Wer ist der Fett oder was? Wir stammen alle von Dinosauriern ab. Aber okay. Ich weiß, dass wir verpassen. Gämter, aber das was wahrscheinlich noch nicht klappt. Dir ist schon klar, dass wir nicht von den Dinosauriern abstammen. Dinosaurier-Wahnländisch kein Dreigezimmer. Tommi, lass ich dich enttäuschen muss, aber ich hatte einen Riolasus-Kurs und hab da gelernt, dass wir explizit nicht von Dinosauriern abstammen. Vielleicht du? Ja, ich hab das auch noch nie gelernt. Man will. Sonst hätten wir ja kurze Arme und einen großen... Aber wir stammen von den Affen ab. Isa, in Sachsen ist die Biologie halt einfach anders. Wir stammen direkt vom Affen ab. Ihr seid auch ein paar Hellen, ey. Der Affe ist auch nicht aus dem Scheiß-Dinosaurier entstanden, Bitch! Wer kennt die nicht? Wer kennt die nicht? Mann, bitte gehen wir in Grundschule! Wer kennt die nicht? Die Aphosaurus! Jetzt erklärt das doch mal. Aus was ist der Affe entstanden? Nein, was ist das? Jetzt erklärt mit dieser. Hä, hast du wirklich nie die Evolutionstheorie gehört? Du, die Dinosaurier sind ausgestorben. Ausgestorben heißt, dass ihr Genpool eliminiert wurde. Aus einem Genpool, der nicht vorhanden ist, kann kein Genpool entstehen. Das heißt, der Genpool kann gar nicht dabei gestorben sein. Und was stoppen die Ratte dann ab? Nein, nein, warte mal. Hä? Was ist mit den Dinosauriern, mit den Krokodilen? Ihr wisst schon, dass es Fische gibt. Ja, aber die Krokodile sind doch weit entfernt von den Dinosauriern. Oder nicht? Du stellst irgendwas falsch interpretiert. Ja, aber nicht von den Dinosauriern, die ausgestorben sind. Nee, das nicht. Wo sind denn die unten? Was war auf der... Hier vielleicht, wo meine Drohne stehen? Wer fängt an zu weinen? Pass auf, da ist was. Ich, weil ich erklären muss, wie die Evolutionstheorie funktioniert. Das heißt, echt, grad die Lust ist ja 10 von euch. Mache. Teamplay ist da. Wirklich, Max, ich hab gar keine Lust dazu diskutieren. Also, es ist... Ja, das ist das, was ich je gehört habe. Einer ist bar, einer ist bar, ist gepinkt. Setzt jetzt weiter. Ah, danke. Habt ihr die Eda? Ja. Ist niemand mehr. Der Legend sitzt an der Reinforceten Wand. Rechts. Wenn du da jetzt reingehst, guck, wo er rechts sitzt. Nee, nicht mehr. Wo ist er denn? Da links ist auch einer. Rechts von mir und links von mir. Wow, krass. Hä? Ja, klar. In dem Moment schießt er. Einer ist vernetzt. Einer da an der Ecke markiert. Lebt noch. Der an der Ecke lebt noch. Krass. Dream Team war wieder unterwegs. Was wollten die mit dem Handy? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hallo, hallo. Also. Aus. So, jetzt geht's los. Hey, mir kommen schon die Tränen. Ja, mir auch. So, jetzt was zuerst, bitte. Es gibt Bakterien. Und es gibt auch sowas wie, vielleicht sagen die Ohrzeugkrebser und ähnliches was. Ja. Früher gab es Leben. Wow. Früher gab es keinen Sauerstoff auf der Erde. Oh, echt krass. Wodurch Säugetiere. 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 Leben können. So. Also gab es aber unter Wasser Leben. Kommst mit. Bist noch rein hier. Mh. Mh. Der ist zu hoch für Max. So. So. Krasser Scheiß. Aber. Durch die Evolution. Ich weiß, es ist jetzt schwierig. Bumm. Entwickelten sich die Tiere. Mein Kloon. So. Es geht weiter. Ich glaub, mir wird das gefallen. Aber irgendwann gab es Tiere. Die konnten sogar. An Lampf. Ich weiß nicht. Was? An Lampf. Was? Was war das denn grade? Was war das? Ich fand die Explosion in seinem Scheiß Kopf. Die denken, dass Aachen von Scheiß ist das Aurel am Stamm. Vielleicht bei ihr halt. Ganz ruhig. Ich hab, Digga. Vielleicht, weil ich's triggern kann, ey. Ja, ich würd's jetzt wieder auf das Thema schieben, Max. Weißt du, es gibt eine Sache, mich zu triggern. Aber es gibt eine andere Sache, so dumm zu sein, dass mir mein Körper weh tut. Der kommt aus Sachsen. Das ist halt, äh. Lass mich in Ruhe, oder ich töte dich. Ich hab, ähm. Wirklich, ich bin grad vollkommen geladen. Weißt du, aber schon? Ich hab dich gefollt hab. Gigi. Ich hab mal zwei weggemacht, ne? Oh, ähm. So. Jetzt hab ich mich aufgeregt. Mir ist warm. Jetzt hab ich mich gleich umziehen gehen. Danke dafür. Äh. Klar, ja. Kleiner, kleiner Tunnel ist was. Kannst du auch einen großen Tunnel? Ja. Okay. Aua. Oh, Ida, bitte. Haha, Florian. Kannst du bitte weiter auf Max einprügeln? Jaja, man heizt mit mir und ich am Kopfschmerzen und mir ist schlecht geworden. Ja, dann sei es gut. Kannst du immer weg. Tau, Leute. Tschüss. Oh, ne. Oh, Mann. Ich will ja gar nicht so böse sein, aber manche Sachen sind halt... Nee, ich glaub hinter dem hier irgendwo ist was. Ähm. Da auf jeden Fall. Hibana ist den Gang runter. Und der ganz viel Leben. Okay. Wie gesagt, Hibana ist den Gang runter. Ich dachte, du meinst den anderen Gang. Nee. Ha! Ich dachte, du meinst den von der Garage. Nee, ist okay. Hätte ich... Pass auf, da. ...sagen können. Ach, alles gut. Entschuldige bitte, Max. Ich wollte dich gerade nicht so angehen. Äh, Leute. Ah, von oben. Kitchen, Kitchen, Kitchen. Äh, warum? Das war witzig. Ich hab's ja extra da mit dem Pfleger. Ich darf da hart so... Ja, klar. Ich hab's ja extra da mit dem Pfleger. Ja, klar. Jetzt ist gut, bitte. Ich glaub, das war der von oben, der Kitchen war. Der ist rotiert. Irgendwann bin ich sicher. Stairs, auf den Stairs. Markiert. Da kommt er. Hat keine Zeit mehr zum verschieben. Außer oben. Ne, die könnte über Bar noch kommen. Ja, zauber zu. Ja, aber da hängt ja auch eine Cam noch. Mach doch ein Kreuzfeuer. Gämbler. Gämbler guckt von der einen Richtung gegen die Tür und aus der von der anderen. Gämbler? Ja, Flo, sorry. Fl-Oria? 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 wenigstens eine jacke anbieten aber ich habe auch fast 1 mit 3 prozentig